Markus, hier Anja. Hammer der Morgenröte funktioniert nicht. Das ist gut. Auf. Zentrale sind vor der Grabkammer. Die Emulsionsfabrik liegt direkt vor euch. Aber seid vorsichtig. Es nähern sich feindliche Einheiten und sie kennen eure Position. Verstanden. Super. Bert und ich nach links. Ihr zwei nach rechts. Hört sich gut an. Hey, Kopf zu. Wir sind in feindlichem Gebiet. Mann, das nervt. Dom, hier geht's nicht weiter. Versuch einen anderen Weg ins Gebäude zu finden. Verstanden. Das war's. Zeit! Mist! Die Trüben sind fast zu groß wie du können. Ja, fast. Verstanden. Korpser! Er zieht sich zurück. Ja, er wartet ab. Hebt sich uns für später auf. Wie einen Snack. Völliger Scheißer. Glaubst du, ich mach Witze? Ich glaube, du bist scheißverrückt. Das glaube ich. Oh, ist das nicht süß. Wie zwei Arschlöcher bei ihrem ersten Date. Hehehehehehe. Einstinger. Hoppsee. Oh! 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 Aus dem Weg! Verdammt! Ich kann es! Schön! Guter! Frag Wolf! Booyah! Nein! Formieren! Verstanden! Prima! Bereit! inc Felipe! fun! Ich benötige Hilfe hier. Wir müssen hier raus. Wenn ihr einen Plan habt, bitte raus damit. Ich kenne jemanden, der hier draußen lebt. Der hat ein Fahrzeug. Ein beschissener Junker. Läuft aber. Was? Du kennst einen von diesen Gestrandeten? Jo, da vorne ist ein Lager. Also, du hängst mit Gestrandeten rum? Ich hänge nicht rum, Penner. Ich suche jemanden. Halt die Klappe, Bert. Los, weiter. Was? Was sagte ich? Ich bin sicher, ein paar von denen sind nett. Vielleicht auch nicht. Siehst du, hab doch gesagt, der Korpser verfolgt uns. Ja, hab's kapiert. Feuer! Danke, Mann! Oh, ja! Ich brauche Munizion. Schön! Aus dem Weg! Auf der besten Seite stehst du! Keine tote Mann! Tormieren! Verstanden! Verstanden! Vorsicht! Oh, ja! Oh, ja! Los! Los, 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 los! Hier macht uns alle! Du stehst mir weg! Du stehst mir weg! Äh, Mist! Fahrt! Etwas término. Ich hab... Er werden sie Association dabei. Er kommt immer noch hier, aber es ist scheiße. Du liebst sowas doch. Nein, eigentlich nicht. Bewegt dich! Frank, raus! Raus! Hab sie. Mist! Nein! Bert, es ist noch nicht vorbei. Lad besser nach. Warum? Na, darum. Nicht mehr dabei. Zurück! Loch ein! Vorsicht! Holen wir das Fahrzeug. Ja, zur Hölle! Brauchst du mir nicht zweimal sagen! Ach! Ach! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist denn los? Formieren! Unmöglich! Dein Auftritt, Dom! Keine Sorge, hab's kapiert, könnt auf mich zählen! Hey, Santiago! Was machst du denn hier? Nichts Neues von der Lady, wenn ich was höre, erfährst du's! Ich möchte nicht, dass man uns zusammensieht, okay? Ist nicht gut fürs Geschäft, Mann! Überlass mir deinen Junker! Was? Mach keine Witze! Im Ernst, wir brauchen ihn! Tut mir leid, dass du Probleme hast, Mann! Aber meinen Wagen kriegst du nicht! Du schuldest mir was, das möchte ich einlösen, und zwar jetzt! Okay! Okay, Mann! Ich mach mit! Yo, unter einer Bedingung! Die bleiben hier, yo! Wir können die Waffen gebrauchen, Mann! Okay! Er steht an der... Scherbstrankstelle! Hol ihn dir doch einfach! Ha 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 ha! Hey, yo! Yo, Santiago! Jetzt sind wir quitt! Keine Gefallen mehr, Arsch! Das ist scheiße! Ich sag doch, ich hab nen Plan! Dein Plan ist scheiße, kapiert? Hey, Hände weg von der Ware! Keine Patsche, Hände auf dir! Ja! Sie! Burn, Ende! Bank de plays Eimer 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 Untertitelung des ZDF, 2020